Die nehmen mich gut auseinander, die Penner. Hier muss ich als Schilder aus der Ferne auseinandernehmen. Ja, ich vertraue der Erfolge ganz auf meinen Bogenschuss. Nämlich... Ach, hier noch eine. Ach, hier sind auch schon welche. Bereit zu dienen. Ich diene dem Orgen. Bereit eurem Geheiß zu folgen. So. Ok. Ah, da fliegen sie wieder. Oh mein... Oh... Oh... Oh mein Gott... Oh mein Gott, komm ich jetzt für bitte eigentlich nicht hin. Die laufen noch hinten oben rum, oder? Ach, da kommt er wieder. Okay, jetzt wollte ich es fast schon sagen Was, er tötet meine Bogenschütze So, schön Auseinandernehmen den Trenner hier Sehr schön, sehr schön Bereits zu dienen, nennt mir eine Richtung Ich muss sagen, zum Glück hat das hier nur einen Weg Nein, 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 nein Diese blöden Kobolde lösen halt auch die Frallen aus Und dann könnte die anderen einfach so überlaufen Das will ich eigentlich vermeiden Wenn ihr versteht, wie ich das gemeine Das hier drüben Blöden Fettsecke hier So, den einen lasse ich mal jetzt noch Jetzt braucht es Füllen Ah, da kommen noch ein paar Okay, also Wir lernen daraus Das Eis im Ostding Ist gut Gegen die kleinen Obwohl, dann kann es ja auch so rausnehmen Dann braucht nur die Lüge jetzt gehen Jetzt mach ich hier mal wieder ein bisschen was Das wird's vorhin hinterlassen So, hier können wir auch mal noch Die letzte Reihe hochschießen Falls mal so ein Fliegeding durchkommt Weil, weil, weiss, weil, weiss Oh nein Oh, die Wogen schützen, die hauen auf zu sein Also, kurz hauen aufgeladen, das Leben Wir sind nicht so nah Wir sind die Schilde des Orms Bereit, eurem Geheiß zu verholen Aber die Bogen schützen sind eindeutig meine Favoriten Zurzeit Muss ich ganz klar sagen Oh Mann Ich hasse Kobolde Oh Mann Ich bin ganz klar Ich bin ganz klar Der kleine Peller. Oh, schon mal richtig, ja. Sonst setzen wir doch noch. Eine neue Reihe meiner Freunde. So, Rantan dagegen. So. Eigentlich nehmen meine Bogenschütze schon sehr viele Leute raus. So wie das aussieht. So gehen wir jetzt natürlich auch. Jetzt muss ich nur gucken. Dass ich den blöden Typ hier rauskriege. Weil der zieht gleich 5. Wenn der nur in den Spann kommt. Dann schießen die hier. Und erledigt. Oh, Hund auch schon geworden so wie es aussieht. Okay. Fazit. I love Bogenschützen. Eindeutig Leute. Die sind ziemlich geil. Vor allem wenn man viele hat so wie ich. Jetzt kaufe ich auch die Verbesserung für die Bogenschützen. Dass die billiger sind. So. Mal schauen beim nächsten Let's Play. Wie viel die kosten. Wie sag auf Wiedersehen. Like das Video. Abonniert mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.